Wieso? Oh die können grad gar nicht reagieren da drauf Ich ändere die Tasten mal ganz kurz Safe mache ich Das mal auf 1.8 wieder ändern Ja das geht damit besser Oh wie geil Ich glaub so krieg ich das auch mit dem Gumpa hin Ja so krieg ich mal das auch mit dem Gumpa glaub ich bis dahin Oder ich allgemein schon mit dem Gumpa da hin zu kommen Ja Aber aufpassen wenn die Taste gedrückt hast ne und dann die Pfeiltasten dann schiebt er sich das Bild Anders Glaub ich nicht Weißt du was du für Probleme hast Dann hast du vielleicht L und R nicht eingestellt Die Sache ist man kommt einfach nur bei der Bombe nicht lang Mach mal dieses drehen Und den Slowness Modus aktiv Kennst du ja dieses Jump drehen ne Ja Ja Kannst du knicken Das kannst du genauso knicken Steht nicht Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das erste Level bringt einen schon zu Verzweiflung Doch das hält sich bei uns nicht lange an Die Song ist dabei Das ist eine Belegung Was macht der? Ich werde mich verarschen Warum drückt der B mit zurück? Das ist das Problem Die Pflanze nervt einfach Ach nee Mit dem Kumpel ist mir doch scheißegal So komme ich ja rüber Ich komme nur nicht über die Bombe weg Das ist ja das Das Spiel macht mich wahr Ja Pech Also ich Manchmal stütze ich ab beim Kumpel Aber sonst schaffe ich das eigentlich relativ schnell Ich wüsste nicht wie das gehen soll Was? Mit dem Kumpel? Ja Du Gehst du oder sprintest du? Sprint 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 hast du Wenn du gerade in der Luft bist Loslassen Dann kommst du mir nicht auch rüber Wir müssen unbedingt losgelassen Weil dann springt auch nicht mehr so hoch Ja bringt mir auch nicht viel Weil ich noch nicht mal Weil ich jetzt in meinen Pflanzen abstürze Du musst auch beide Sprint Und Sprint hast du ganz schön loslassen Ach Centus du bist witziger Ich weiß Bin ich auch Alter Kann denn Weißt du Dann will ich runterlaufen Bei diesen ganz ersten Steinen Damit du auf den zweiten da runter gehst Nein Entweder läuft er ganz runter Oder springt vielleicht gegen die Pflanze Drecklich Fett hier Alter Wird hier auch wahnsinnig Es gibt es doch nicht Der Kumpel ist nervig Ja Finde ich nicht mehr Ich schaffe das auch Alter Mann ey Leute wie kann man das schaffen Echt Ist doch behindert Diese scheiß Bombe Ja schön Man muss wahrscheinlich schnell genug sein Aber das schaffst du doch trotzdem nicht Bei mir ist die Bomben Bei mir sind wir die Bomben runtergeflogen Warum hast du nicht gemutet? Achso Weil ich auf die Tasse draufgekommen bin Achso Ich versuche jetzt statt mit dem Gupper rüber zu fliegen Ich habe jetzt noch ein anderes Safe-Set Einfach die Bomben zu nutzen Wie die Bomben Ich kann das Bild ja Bild ja verlangsamen Und Rübersetzen Okay Ich kann zum Beispiel sehen Dass jetzt schon die Bomben da sind Ja Die klatschen da und dran Weil da dieser Block ist Deswegen kommt unendliche Bomben immer runter Boah ich werde Banane Das weiß ich ja So weit kann ich auch schon rein Wenn ich mit dem Gupper rüberkommt Scheiße Aber ich schaffe nun nicht unter der Pflanze durch Das ist das Problem Ja Warum habe ich nicht gesaved? Was denn? Was oben? Mhm Wurde er gesaved? Ja aber Durch die Scheißbombe bringt die das auch nichts Ja aber ich hätte wenigstens einmal vor Saven können Wäre die Bombe immer näher rangekommen vielleicht Ja Hab ich aber schon gemacht Oh ich hab noch ein Save da Den muss ich direkt nochmal abspeichern Saven Ach jetzt ist die Bombe hier weg in dem Ding oder was Jetzt muss ich auf die Bombe hoffen Wie soll denn das klappen? Stammbild Auch noch weil ich gelade Da hast du die ganze Zeit gedrückt gehalten hab eben Hm Ah mit den Bomben komme ich auch rüber Gott Hm Komm ran Ich kann einfach auf die Statt den Gupper einfach die Bomben nutzen Das ist ein Save-Set Der etwas scheiß ist Aber egal Kann ich es auch irgendwann probieren Okay Kannst du das Bild so setzen Dass die Bombe schmangelaufen ist? Ja Und klar Mit R und L Wenn du das gedrückt hältst Wenn du das natürlich eingestellt hast Ja Ich hab Aber jetzt Ich hab Das gesetzt Also Das speichere ich halt drüber und lade Zumindest mach ich jetzt Lohn ist Und tot Und tot Und tot Und tot Und tot Und tot Das ist ein scheiß Timing Alter Habe ich ein kack Timing Das ist es Ja Nicht nur du Hm Okay Zumindest weiß ich wann die Wann ich runter muss In die Bombe Ja Ja Trotzdem ist es ein Problem Weil da noch ne Bombe Dann kommt Dann kommen zwei Bomben Oder der Block Pinnert mich dran Der mich auch nicht glücklicher macht Aber ich glaube wir sollten jetzt mal gleich beenden Ja Würde ich auch sagen Wir schaffen das eh jetzt gerade nicht Müssen wir gucken Wirst du dann soweit zum Ben oder wie? Ja klar Ich hab ja Saves Alles mögliche Dann wollen wir sagen Bis zum nächsten Mal Bei Kaizo Mario Ciao Ciao Tschüss